auf schwer jetzt könnte jetzt auch mal was macht ihr denn andré war doch mal ich bin gleich ich bin jetzt mal tot hier ja die ballern richtig los näher vor allem weil du schon vorgestürmt ist obwohl ich noch gar nicht recht da stehst du blöde das hat diesmal noch von der anderen seite welche und deswegen waren die auch schon gleich dort und da haben wir ballert und du hast gleich das verlangen drauf zuzustimmen definitiv ich habe keine kanaden älter wird dann jetzt hier so von der seite ist jetzt anscheinend frei immerhin da sind aber so einer lernen erzählen ich habe ja nur eingesehen der liegt da auch im boden aber leider keine granate dann war wie viel munition hat er denn schwelle verwundung entdeckt ist jetzt ein mg was da noch ist oder ach ne der auch andré weg ist er erstmal hier müssen einsammeln ja ich habe mich nur noch ein ding und hier liegt schon mal heute sind da schon wieder und hier ganz schön mit schweißen hier lag noch was ich will die nächsten naja alter hier wo kommt ihr denn her von der seite würde ich mal sagen da kommst du nicht hoch so ich glaube die haben wir dann erst mal die kamen alle von der lena was machst du denn wo die sonst okay dann gucken wir mal ich glaube jetzt kommen wir mal rein das war meine drohende platt so bereit für die höhne des löwen nicht so schnell wir suchen mal nur auf wo jungen wort ab fingern können auch wenn die dunklen tiefe zwielten habe ich noch ja aber die machen so auf jeden fall viel mehr spaß wie im story modus so die division glaubt also sie kann einfach hier rein stelle so so noch munition auf ballern können vielleicht ist eine mühltone für dich das das muss man gerne draus nein noch ist munition ja perfekt bum 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 jetzt geht es los ach du scheiße ach nicht schon wieder der da ja ja so schlimm ist das gar nicht ja 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 das ist ja ellen ja ja ich werde jetzt einmal schön die droht die hat frei da ist es geil oh nicht mein Freund ja, der ist schön, wie er geblitzt hat er, der gelbe so, weg ist er wo ist hier? können wir sammeln gehen ja, wir haben ja alles eigentlich noch nicht auch schwer gemacht, bis auf das Schöpfersen die Tolle gab es jetzt nicht zum holen, oder? nur für mich immer ninder, das hat man mehr mal weniger ja so bereit? weiter gucken, ok, perfekt ihr seht übrigens auf der minimap, ne, wenn noch irgendwo was liegt ja, ja, aber gab es nicht oh was, Janine, du hast alles? ja danke jetzt mal wieder nachladen was ist hier? warte, gibts ne, 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 ne ne, 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 ne ne Waffe, genau ne, 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 ne ne, 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 ne ne, 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 ne ne, 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 ne ne ne, ne ne, ne ne schon sagen wenn du plötzlich nur ungeplanter als männer brauchen macht für mich war da ja nichts also war da da muss auch der gelbe noch sein oder aber hier um die ecke geht es gleich weiter wenn die dann ankommt dann jetzt kommt natürlich mein fernseher ist klar ich halte mich gleich abrückt mich ja wir kommen schon raus hier ich stehe fest die denken sich wahrscheinlich du hast genug jetzt kommt dieser gerne raum sonst kommt ihr auch von oben und wird nicht alles achtung der gerbe kommt von der seite ich muss hier mal weg ja machen wir mal ein bisschen ein bisschen verpunkten schön drin loben auf da kommt er ja ja da kommen noch nur ein oder zwei auf da kommt er auf die schweißen hat kann hatte ich sehe das macht man das fast aber fast platt jetzt nicht umgeballert hätte ein bisschen investe kurz mal einfach den gas bei der luft dann geht es dann darauf da kommt schon wieder der rennt schon wieder so weit vorne ich bin nur naja bist du lang da mit der alten wir sind doch in dem raum noch gar nicht fertig jetzt mal fertig machen der ballert gut und da vorne nur einer ich bin mir die nächsten Ja. so jetzt kann er in roh einsammeln da ist endlich mal wieder ein bisschen 2 wieder alle fälle gibt es noch ein sammelobjekt der war wie es aussieht weiter unten haben wir nicht gesehen was denn sammelobjekt anscheinend schon oder sie sucht uns das kann ja jetzt machen wir schon auch alle jetzt kommt ja eigentlich die jahre ist halt für bananenweizen ich schieße nicht auf mich und da drüben das ist noch einer ok kümmer sich um die roten ich habe zwei gäbe abgeschossen ja der eine war direkt hier beim ach da unten sind heute kannst du nicht von mir verstecken wirst du jetzt verwecken da kommen sie ich mag gleich in panik verfallen das ist geil wie sie rauskommen und alle schön in meinen schrotflinte drin gerangt sind wo kommt die nächsten wo kommt die nächste wo kommt die denn jetzt her er hat ausgespecht krabbelst du rum geht das was denn hast du noch die zentimeter brauche ich nicht da kommt der her hinter dir karte leider habe ich keine munition ja so ging es mir auch gerade ich wollte auf die entwicklung kritisch das machen wir gerade ganz schön knapp da kommen schon wieder welche raus ist bist du schon wieder tot ich habe drei auf mich rauf gehen da ist dann habe ich doch gerade wiederbelebt ja trotzdem drei gegen einer oder wie auch immer das aber das ja auch noch mal ein gelber weil ja ja und der war dann der aufschlaggebe du liegst aber gerade echt beschissen ja ich bin halt ich bin halt egal weil es zu wild ich muss dringend hier weg und komme nicht hier runter und dann da ist der drecksgelbe aber meine drohne bearbeitet ich bin genau zwischen zwei gelben ganz am anderen ende ach ich sehe schon ja Achtung da sind zwei gelbe ich bin jetzt übrigens auch droht bin nicht rechtzeitig weggekommen verdammt liegt das an dir andrehen ja ich lieg auf der anderen seite ich glaube ich bin jetzt unter dir oder so ja warum macht dann der das ding nicht so alter was denn das für eine so dreck scheiße wo machst du denn rum also bei mir sind bei mir sind aktuell keine gegner ja weil er steht genau hinter dem ja und mir sagt er ja ich bin immer froh wenn er schon oben ist ja ja ist ja gut dass er oben ist ist aber wenigstens nicht tot ne genau ne eigentlich ist es nicht gut dass er oben ist dafür ist er jetzt zu weit weg ich bin ich bin ganz tot ich bin ganz tot ey du musst ehrlich mal was gegen deinen Stuhl tun entweder ölen oder was bis icke ich finde den gut so wie er ist ne ist ja wahnsinnig mit den geknarzen er knarzt nicht na klar knarzt der ne das ist nicht der Stuhl ätchen verstorben ätchen verstorben naja das war jetzt klar gleicher tot so der nächste ist tot du sollst uns wieder belieben nicht alles alleine gehen ja na was soll ich denn machen ja wenn er stirbt dann ist das auch nichts doch dann können wir wenigstens wieder mitmachen muss immer das praktische sehen ach ich glaub der findet den Weg einfach nach unten nicht mehr doch doch der killt echt erst alle bevor der hier an den Teufel auftaucht ja wie soll er dich denn wieder beleben wenn er selbst getötet wird das ist ein Problem genau genau wirst du genau fahren drüber leben müssen dann äh könntest du jetzt mit schießen ja ich mach dann beim nächsten mal auch erstmal alles platt ja ich hab ja auch kein Leben mehr hopp 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 lutscher ok was hast du jetzt eingestellt da kommt ein platte gemacht äh ne da ich jetzt rausgeflogen bin wahrscheinlich eher nicht doch zu viel Zeit abgelaufen vielleicht naja ich sag doch auch viel zu lange ja da muss ich sagen aber Keller steht schon wieder neben mir ja es war nicht nice André nicht nice was soll ich mich machen soll ich mich abballern lassen dann macht es auch keinen Sinn ne machen wir auch immer muss ich hier nachher 20 Minuten rausschneiden Mann 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 ganz schön egoistisch gab es noch einen Gower zu holen ja guck mal die sind doch wieder in der Dinger aber ich kann dir genau sagen warum man das gemacht hat weil er heute Abend mehr Punkte haben will wie ich deswegen äh äh jetzt wäre mal so ein äh 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 der einzige Grund warum wir sie jetzt 20 Minuten zeigen lassen so seid ihr fertig? mhm ach der die hauen erstmal ab mhm los los raus hier ah hier ist das Ding das war sicher Wade schade aber er ist nicht unser Primärziel dann kann ich halt erstmal nochmal ein gehen sie ins Fernsehstudio und bringen sie die Kerle ein für alle Mal zum Schweigen hast du da gesehen? nein nein die sind eine Proto Lava Ding nein die Ding habe ich hier ist aber noch eine Kiste zum Plündern hör mal auf hab ich ja schon so nichts cooler äh lieber ach du Scheiße oh das wird heftig hm 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 Ok, ich komm mal wieder hinzu. Achtung! Ja, direkt hinter mir ist... Oh, na toll! Also die Ecke ist ganz scheiße. Ja, hab ich jetzt grad hier mehr. André, aus dem Schuss fällt raus. Guck mal nicht mehr zum irgendwie annehmen. Ja, jetzt komm mal um die Ecke rum hier. Oh Gott, ist er. Da hinten ist aber noch einer. Ok. Alter, wo kommt der denn her? Der war doch angezeigt. Ich dachte, du läufst da hinten lang, um dich um den zu kümmern. Anscheinend habe ich mich da geirrt. Ja, der hat den halt nicht gesehen. Ja, ich guck doch jetzt selten auf die... Soll ich dich jetzt wieder beleben oder nicht? Ich bin ja nicht so fies wie du. Ich lasse ja nicht sterben. Was geht hier ab? Oh. Und da oben ist noch einer. Wir brauchen so eine. Und da unten ist einer. also wenn ich hoch jetzt springt er runter ich habe es genau hier ist auch noch eine kiste gibt es eben mal leben kiste nicht unbedingt ihr sagt wenn ich das modul zurücksetzen kann ja mach doch den brauchen wir auch nicht gedacht das war ein mg ne da war ich noch eine dumme dreckskamera da kommt der gelbe hinten ja ja ich habe mit mehreren zu tun ich möchte schon wieder in meine richtung war der alter von draußen rein der nächste gelbe platt also wenn so ein vieh direkt hinter dir auftaucht ist echt wies ja auf hinter dir ich bin ja nicht blieben weißt du genau ist genau vorhanden soo ich sehe zahlreiche gegner auf dem dach sie bauen rund um den funkmast mt störwender auf ach das ding oh das ding wird derbe ohne ihn kann niemand von viewpoint aus senden agent gehen sie aufs dach sie müssen verhindern dass du aus ausschaltet kannst du mal zeigen was du drauf hast aber sonst soll er ja nur eine gewisse zeittasse irgendwann ist er dann vorbei ne das ist egal musste musste ich nicht absetzen also ich habe es eben mal in ruhe und dann ist die zeit abgelaufen ja das spielt aber eigentlich auch keine runde also beim ersten mal haben wir bestimmt 20 minuten geboren wir sind schon weiter ja das scheint wohl so was wie seid ihr denn ist nur André der hier vorgerannt ist ne ich sah die klinik Arlene diesmal schalten sie es aus ich dachte ihr würdet mir lustigerweise auf der karte schon viel weiter vorn angezeigt strukturelle integrität bei 75% hast du dir das erste ding schon platt gemacht? sehr schön ne kann ich jetzt wie eine drohne mich gestartet werden was ist jetzt los? ja durch die anderen dinger ja aber ja 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 war der alter was denn der finne scheiße ich bin die weg und springe drüber alter ist zum kotzen alter das war klar warum robster mir vorbei dabei zu janine gerade ja aber robster mir vorbei anstatt neben mir bleibt und sich wieder verdammt macht auch was ich will ja ich kann ja konzentrieren sie sich auf die mp stürmer was mache ich denn die ganze zeit system gedrosselt kopf hoch system reaktiviert was sind der system fehlfunktion hast an das zum thema 20 minuten verstehst du ja komisch also beim ersten morgen war das nicht also erst mal dass mir das passiert ja ja weil ich da beim letzten mal durchgelaufen bin und die drei dinger platt gemacht habe man hat ja gesehen wie weiter jetzt bekommen ist aber ich dann direkt vor die sich schon direkt vor dem ding würde ich nicht hätte nachhören müssen jetzt platt gemacht wird die also aufpassen das war nicht alle gleich oder in alleine das war diesmal komisch ich habe keinen plan was du gerade meinst janine war ja auch immer schon so weit vorne erst mal das ding platt machen ich habe eigentlich mich runter ist ach so bestimmt wie dieser scheiße granate die einmal system gedrosselt system fehlfunktion system reaktiviert system gedrosselt system wieder online system unterbrochen system reaktiviert system fehlfunktion system fehlfunktion system hergestellt strukturelle integrität bei 50 prozent system fehlfunktion system fehlfunktion k pewnen system 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 schwebfunktion system und sich die die mal hinzulaufen wir haben aber bis zurück komme ich nicht bleib liegen bitte hier bei mir ist direkt einer also ich habe mich sehr erschossen weiter in das hoch hinter mir ich versuche mal zu dir zu laufen eigentlich durch rennen erst mal alle dinge die drohne oder soweit doch sobald du die dinge abgeschaltet hast bist du dann wieder wo seid ihr denn die schon wieder am rumballern oder ich möchte schon wieder eine drecksgranate alter system System gedrosselt. System wiederhergestellt. System fehlfunktion. System reaktiviert. System gedrosselt. Oh, hier ist Blatt. System wiederhergestellt. Alter, wie kommt der hier jetzt? So, Nummer 2 ist Blatt. So, jetzt muss er mir den Weg ein bisschen freischießen, sonst komme ich da nicht rum. Oh, hier ist so eine Drecks... Pass auf! Ja. Pass auf, greifen wir unten. Ja, wir schaffen ja mal den Lillanden da weg. Und in meine Richtung... Jetzt, komm mal was drohen hier. Jetzt ist mal ein bisschen spannend hier. System wiederhergestellt. Alter, hast du da so einen Drecks-MG? Ja. Scheiße. System gedrosselt. Und meine Drohne hat es flatt gemacht. Das ist noch einmal lang davor. Na, ich nehme mal ein bisschen den Weg hier frei ballern oder so. Scheiße, ey. Ich habe direkt hier den gelben. Ja, ich auch. Ich habe aber wenigstens in den Ding gefangen. So platt ist er. Ja. Hast du Schwein gehabt, Keller? Gerade abgeballert. Von hinten kam er. Ja, gerade gesehen. Äh... Ich habe wirklich... Schwein gehabt, dass du den... Schon fast da? Bin schon fast da. Und platt ist er. Wunderbar, auch so gut wie tot. Pass auf, Keller. Was für ein Keller. Ich habe hier von links direkt ein gelber. Wer immer neben mir ist. Ich habe keine Munition. Und von hinten einer... Anscheinend ja nicht. Ach. So, der von hinten ist erstmal platt. Der auch? Wo ist denn hier noch einer? Da. Zwei sind das ja noch. Der wird euch freuen. Pass mal auf, hier. Dixxar. Blutscher, alter. Muss nur jetzt hin da. Dann muss ich das ohnehin schaffen. Dann muss ich das ohnehin schaffen. Der hat sogar mal ausgehalten, alter. Diese Dreckzau. Naja. Wenn du dir auch von dem auf die Frise hohen lässt. Ja, stimmt. Da war's gut. Ja, toll. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, hier kommen Gegner. Noch ein gelber. Bei dir jetzt beide tot? Ja, ich muss bei mir schon warten auf die Frise hohen. Ja, ich bin auch tot. Ja, scheiße. Jetzt bin ich auch tot. Oh man. Das war echt keine gute Idee. Das ist doch immer noch so viele auf immer kamen. Ich glaube, ich konnte sie nicht mehr werfen. Doch. Nach hinten erstmal. Genau. Naja, hier ist nicht viel mit hinten. Außerdem muss ich erstmal die Tür treffen. Oh, ein gelber ist auch noch dort, alter. Oh, ein gelber ist auch noch dort, alter. Das sind zwei gelbe. Zwei? Ja. Also geht's nur aus der Deckung groß. Oh, verdammt. Ja, da soll ich sehen. Aber das ändert wahrscheinlich. Also ich werde jetzt tot sein. Ich hoffe, du lebst noch. Nee. Na, André meine ich. Den habe ich ja... Warte, jetzt warten auf Auslöschung. Wieso bist du jetzt gestorben? Ich habe mich doch gerade erst wiederbelebt. Ja, wenn der gelbe vor mir steht... Nicht du, ich meine André. Ich war schon warten auf Tod der Gruppe. Da war nicht mit wiederbeleben. Oh. Oh. Elektromagnetische Laten entdeckt. Wake verwendet EMP-Störsender, um den Funkmast zu überlassen. Na gut, die haben sich schon die drei Dinger geplagt. Und jetzt müssen wir noch den Rest machen. Nee. Nee. Was denkst du denn? Ach du Scheiße, wir waren so gut. Naja, wir waren wir ja nicht. Strukturelle Integrität bei für 70 Prozent. Agent, Sie müssen Weight aufhalten. Wir brauchen diesen Funkmast. Boom. System reaktiviert. System gedrosselt. System Fehlfunktion. Arbeiten wir schon. System wieder online. System gedrosselt. System reaktiviert. Oh, zwei sind platt. Ja. Ihr müsst jetzt zumindest mal dahin nochmal Dings einsetzen können. Oh, von wo kommt ihr denn hier? System wieder online. System fehlfunktion. Oh, ich hasse diese Viecher. System wieder hergestellt. System gedrosselt. System reaktiviert. System reaktiviert. System unterbrochen. Sehr schön. Ich hab ihn gesehen. Da sind aber noch mehrere. Ja. Gelber und Wadney Allett. Pass auf Janine. Da kommt ein Gelber. Alter. System unterbrochen. Ich finde, dass der nicht so platt ist. Äh, nicht so stark ist. Genau. Ich bin aber fast platt. Verdammt. Verdammt. Ich bin tot. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich bin direkt hinter den Schirmen. System unterbrochen. So, das müssen wir doch jetzt mal irgendwie schaffen. Wo sollen wir denn bleiben? Unten. Ich weiß, warum. Ich lauf hin. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin aber zu langsam, Alter. So. System gedrosselt. Verdammt. Die kommen alle hier die Treppe runter. Glaube ich. Nee, die kommen nicht so runter. Schön. Erstmal zurück. Janine. Ja, die sind fies. Ja, das ist ja der Wichser. Was sind die denn? Weißt du so, was die den Schirmen kommt? In dem kommt noch welche nach. So, da ist meine Rute an. Drecksidiot. Ich muss meinen Kopf hoch... Ich glaub das ist bei mir nur un-MD. schön in die frisse schossen nicht zu nah ran jetzt habe ich die schwachstelle schön gemacht janin keine ahnung ich weiß es nicht wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen dann kriege ich eine krise aber eigentlich ist ja kein von an da ist doch nicht so ernst okay ich bin aber jetzt echt ein rätsel ich freue mich dass ihr schon wieder hier am campen sollt aber da war doch kein zeitdings mehr oder nein da war gar nichts wir haben den gelben aufgelegt und es hat neu geladen okay vielleicht ein bug es gibt zumindest ordentlich EP system gedrosselt das fehlt noch nicht mal in den zweiten system wieder hergestellt system gedrosselt system reaktiviert und der zweite ist kaputt system gedrosselt strukturelle integrität bei 50 prozent system unterbrochen system gedrosselt system gedrosselt und ist das der gelbe lebensfunktionen kritisch system gedrosselt system gedrosselt keine gute lage ok strukturelle integrität bei 25 prozent system gedrosselt system gedrosselt system gedrosselt system gedrosselt oh klar system gedrosselt ein agent braucht unterstützung ist doch unterwegs frei ja bitte langsam zeit system gedrosselt das problem ist der wird hier unten gerade bewacht system wieder hergestellt ich bin jetzt auch alle auf dich zu dir runter ja ich bin also ich werde jetzt zwar wieder wach aber ich erst mal eigentlich fest und zweimal sind die von beiden richtungen um mich da wurde er sich versteckt hatte da wo er auf die schießt da wo der ringschirm ist also ich werde gerade von zwei richtungen ja keine chance wir hatten die schon ihr habt aber wieso war die jetzt wird sich tot nicht weil du auch tot bist du nicht unterstützen dort unten ja und dann kann ja das ist so naja müsste also wenn dann von oben oder von weiter weg das ist jetzt bei mir der letzte versuch dann habe ich mich aber nicht mehr machen sonst wird sie noch beschissener für uns das muss jetzt noch zu ende machen fängst du schon an so wie wir wie ich ja letztens langsam gehen wir die die sammeldinger dorfen geht system funktion ich dachte dass du diesmal system unterbrochen ach wenn müsste steht so ein dings mg der war gerade platt system gedrosselt system gedrosselt Direkt hier bei mir. Hau ab dort. Ja, habe ich gesehen. Da ist mein Arbeiter weg. Oh, diese Scheißnachladung von diesen... System reaktiviert. Nutzt die Containers Deckung. Okay. System Fehlfunktion. Gib schon auf, Arschloch. Achtung, der Gelbe. Janine, versuch mal hinten rum zu laufen. Die Seite draußen ist gerade irgendwie frei. Okay, Gelbe Flass. Ja, Ena. Aber der andere, pass auf. Dann müsste es gleich wieder erweckt werden. So, dann sind wir jetzt noch innerhalb. Ja, ja. Hier weg. Ja, merke ich gerade. Und denk an, meine Wiederbelehmungsdinge ist jetzt verbraucht. Ja. Oh, fuck. Janine, hast du unten ausgescheidert? Ja, habe ich. Deswegen läuft ja auch die Zeit nicht mehr. Da habe ich jetzt tatsächlich keine Zeit, darauf zu achten. Pass auf, pass auf, pass auf. Finde uns. Ja, ja, ich schleiche mich hier schon rum. Hat der andere hinter uns vor? Perfekt. Oh, scheiße, ey. Oh, da kommt einer von hinten. Er ist nie mehr. Ja. Da ist der hier. Okay. Das macht der King. Ich glaube, da kommen noch welche. Das war es noch nicht. Jetzt soll er erst mal die Drohnen ein bisschen weit machen. Oh, Mr. Torf, erinnert auf. Hinter uns. Ja, mehrerer. Ah, fuck. Oh, scheiße, ey. Ah, Mist. Ah, klar. Alter, wo kommt der denn her? Ah, da ist noch ein gelber bei mir. Alter. Ja, wie sie liegen auf dem Boden. Weiter. Okay. Okay, André wird wiederbelebt? Ja, weiß ich. Kommt man da irgendwie rum? Ja, ich liege dann mal. Wo liegst du denn? Äh, draußen. Alter, diese Scheiß. Beim gelben. Beim gelben. Ich muss irgendwie vorbei. Ah, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich hab der MG erstmal platt gemacht. So. Bei mir sind aber noch mehrere. Einer, die steht direkt hinter mir. Jetzt ist es platt. Ja, wo war denn dein Rücken? Nee, hier ist immer noch irgendwas Rotes. Da ist ein Lila, naja. Ja. Ja. Ja, dann machen wir so meine Drohnen mal ein bisschen. Wo ist der Letzter? Also wir haben ja jetzt auch gerade. Äh, okay. Wieso lädt der denn schon wieder neu? Also bei mir jetzt nicht? So werden wir auch nicht. Nee, bei mir stehe ich jetzt abgeschlossen auch endlich. Ja. So. Boah, ich dachte gerade so. Also wir haben übrigens auch die Stunde für, wir haben übrigens auch für die, äh, für die Mission die Stunde überschritten. Guck mal, du hast einen Kill mehr gemacht als Icke. Ach scheiße, jetzt bin ich auch verwerfen gegangen. Na, Icke, kann ja gucken. Also 88 Kills habe ich, 89 hat der Kai, äh, Kellerchen hat 36, äh, zugefügter Schaden, Kellerchen 5, äh, 12 Millionen von Kai, 15 Millionen von mir, Wiederbelebung 1. Wie viele Millionen hatte ich? 12. Ja, genau. Und, äh, du hast 13 Wiederbelebungen gehabt? Naja, ich muss euch erstellen, ich habe die Wiederbelebungen. Ist doch krass. Ja, aber Kai hat ja auch den Bodenstock. Also das ist, das ist schon geil. Ja, aber der funktioniert halt auch nur, äh, jeweils einmal. Einmal, genau, das ist es ja immer. So, dann gehen wir in den erweiterten Mal. Ja, erzähl mal. So. Tote 3, äh, Icke, äh, du 4, äh, äh, die Klink-Kellerchen 5. Äh, Schwachpunkt zerstört 15, der Herr Detlef. Schwachpunkte 6 bei Kai und äh, 3, 5 bei äh, 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 meinen Töchterschen, 0 bei dem verrückten Kai und eine bei mir. Todesstöße, keine Ahnung, was das ist. Hast du einen? Ne, das ist, äh, äh, mit der, äh, ja, also mit der Pau. Aha. Ja, äh, Schaden gegen, äh, benannten Gegner, 738, Ecke 1000, eine Million Kaichen, 955, äh, Klink-Kellerchen. Ja. Mit Fertigkeiten zugefügter Schaden, 0, 0, jetzt haltet bei euch bei mir fest, 1,6 Millionen. Ja. So, Heilung 850.000, Kai 1,7 Mille, ja, und Heilung, äh, bei Kellerchen auch 966, höchste Kill-Serie hat keiner, alle 0, Kopfschutz-Kills, ich 20, ja, ihr 5 beide. Ja. Ich ziehe tatsächlich, ich ziehe tatsächlich meistens auch in die, äh, Hüfthöhe, weil da diese, äh, nicht nur, nicht nur das, sondern auch, weil, ähm, da die Dinger sind, wo die dann explodieren und sich selber in die Wucht jagen und so. Ja. Ja. Hab ich mal angewöhnt. Ja. Ja, läuft doch. Siehste? Äh, er Litten, er Litten, er Schade, den hab ich ja noch gar nicht gesehen, äh, 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 er Litten, er Schade, Herr Kai, 3,5 Millionen. Nein, ich bin ja auch zugedonnert, genau. 2,6 Ecke. Schön vorgestellt. Und, äh, ähm, die Klink-Keller, 1,48 Millionen. So, äh, und, äh, Janin, beim nächsten Mal sagst du bitte einfach früher, das ist die letzte Runde, die du machen möchtest. Dann hättest du was gebracht. Ja, okay.